Moin Leute, heute mal ein paar Formel 1 2020 Clips von Open Lobbys, in denen ich gefahren bin. Es war sehr chaotisch, ich habe auch auf wenig geachtet, deswegen verwundert euch nicht, weil ich so chaotisch gefahren bin. Auf jeden Fall, es waren einfach Open Lobbys sehr, sehr chaotisch. Ich bin auf mittlere Attraktionskontrolle gefahren, auf verschiedenen Strecken und auf zwei Strecken leider ohne Setup, deswegen war ich auch so trash. Aber auf jeden Fall, dieses Video ist auch unkommentiert, Pisten geschnitten, nicht alles. Aber jetzt, viel Spaß mit dem Video. Und jetzt, viel Spaß mit dem Video. Und jetzt, viel Spaß mit dem Video. Und jetzt, viel Spaß mit dem Video. A great first lap, keep it up. Okay, you're in the top ten. Und jetzt, viel Spaß mit dem Video. Bitte,hil shame mit dem Video. Und jetzt, viel Spaß mit dem Video. Okay, clear. We can now use DRS. DRS now available. DRS, DRS, DRS. DRS. digital brother. DRS, 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 DRS. Yellow flag. Yellow flag. Yellow flag. Yellow flag. This is your final lap, final lap of the race. Caution. Caution. Okay, clear. Caution. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 That's a strong start. Well done. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Good job. That was the fastest lap of the race so far. Untertitelung. BR 2018 Green flag. Green flag. Green flag. Green flag. Green flag. Green flag. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Yellow flag This is your final lap, final lap of the race Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.